Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstun TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Sack, nöte. Das war ein Fertig aus einem Kahn. Huh? Ich kann den 125-Yard-Marker sehen, gerade neben mir. Über 300 Yards von der Tee. Das ist ziemlich solid. So gehen die Schüsse weg. 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 Jetzt bin ich gespannt. von 100 und 10 jahre der mit der neuen arbeit auch dass er bei das ist so was geschah der ja so auf der holl das ist ein wenig dann bis dahin sieht verhältnismäßig glatt aus ne Ohne große Ziele, aber auch wieder oben auf dem Buckel. Von wo kommen wir denn über? Aha. So. Halt. Ich traue dem Frieden nicht. Wasser. Aber wir haben kein Gegenwind. Das ist schon mal gut. Sieht gerade aus, habe ich noch gesagt. Ja. Gerade ist anders. Also haben wir jetzt ein Buckel zwischen... Da gibt es einen langen Weg, aber ich sage dir was. Ich habe es gesehen, dass es vorhin passiert ist. Also da gibt es eine Chance. Lebt mich am Arsch. Da kriege ich da wieder nicht gerechnet. Wo ist das? Also wenigstens zwei. Zwei. Und noch ein klein bisschen. Wo soll ich noch? Doch verrechnet. Ah, die läuft nicht so einfach. So hat die Runde ja vorhin auch angefangen. Ich muss auch gucken auf die Karte. Ich habe mich vorhin auch ein paar Mal ausgetrickst. Ich glaube, der war schön. Der war gut. Wenn sie aber alle so wären. Wir haben keinen Rücken. Wir haben Rücken mit. Aber sitzen natürlich wieder auf dem... Auf dem Rücken da. Wie immer. Es ist looking pretty good in the air. Hauptsache, dass wir da... Nichts zu doller. Ich sehe das Loch hier nicht, wo ist denn das Loch? Da ist das Loch. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. 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 Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut. Gut, gut. 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 Du hast ja der Wind. Das ist eine Chance, ja. Das ist eine Chance. Eine Chance. Ich habe eine Chance. Das ist eine Chance. Das Wasser hat mich ausgedrückt. Weg vom Bunker, weg vom Wasser. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Der Bunker davor. Seitenwind ein bisschen. Das müssen wir sehen. Das ist eine Chance. Baba. 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 Wie ich habe schon gesagt habe. der belegt links und rechts abfluss zu sehen ist er tut erst mal nur so und mit dem holen sie stehen in 2nd place Just behind the leader, Brooke Anderson. And after that good play, moving up the leaderboard. Deep into the front nine. Here we are at the seventh hole. Wasser dazwischen. Dann wird ansonsten nur Gras. Er geht ins hohe Gras. Pass auf. Und sie hat nicht die Mantle nur für... ...wimens Golf in Canada. Sie hat die Mantle für Canadian Golf in general. Sie ist so eine fantastische, lustige junge Frau. Sie ist eine... ...infecchtheit. Sie ist eine gute Wünste. Und sie hat das auf die Golfkursche. Ich bin ein zweimal-maler Winner. Aber was ich am meisten über sie mit dem Spiel, Luke, ist das, dass sie so... Und der Schuss geht in! Das wird ein Verwärts! Und das wird ihn auch auf die Leaderboarden. Well, a few shots under part the moment. Time for second place. Gut, reicht. Reicht doch. We hope he makes this one. Reicht doch. Boah. Oh. 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 Oh, yo, yo. Shit.